Zuerst ist wichtig, dass die Kinder einen Namen haben. Dass man die Diagnose erkennt, dass es sich um eine Panikstörung handelt. Ein Psychotherapeut kann dort sehr gut helfen. Panikattacken sind sehr gut therapeutisch behandelbar. Es geht in erster Linie darum, das individuelle Modell zum Aufschlüsseln, die man da hat, also aus Gedanken, die die Angst fördern und vielleicht die Verhaltenswiese, wo man sich dann aneignet, um sich der Angst zu entziehen, indem man sich zum Beispiel nur die Situation ergibt. Und dann geht es darum, das Verhalten wird durchbrechen. Also, dass man sich wieder konfrontiert mit der Angstauslösung der Situation und sich wieder in die Situation begibt und dann die Angst, die Panik aushaltet. Also es geht darum, dass man lernt, dass man die Erfahrung macht, dass Panik irgendwann vor selbst wieder abklingt. Weil man neigt ja dazu, wenn man Panik hat, dass man sich dann selbst aus der Situation begibt. Also, dass man sich entweder ablenkt oder wirklich, ja, zum Beispiel gerne um ein Theater geht, aus Angst, man könnte Panikattacken haben. Und bei der Therapie geht es darum, dass man sich dem stillstellt und einerseits lernt, dass die Angst von einem selbst wieder abnimmt, aber auch die Erfahrung macht, dass die schlimmen Katastrophen, die ich mir ausmale, also dass ich zum Beispiel für alle Leute bin, ohnmächtig wäre und mich blamiere, dass das gerne eintritt. Und so kann man lernen, die Panik anders zu bewerten und sich dem zu stellen. Also es ist so, es ist vielleicht nicht realistisch, dass man noch nie mehr Panikattacken hat, aber der Umgang damit ist ein anderer. Also man weiss so, man lernt auch, dass einem die Panikattacken nicht umbringt, sondern dass man sie überstehen kann, überwinden kann und dass sie auch wieder geht.